So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Total War Pharao. Weiter geht's mit dem Live-Let's-Play auf Twitch gestreamt, der YouTube-Nachträglich hochgeladen. Und immer noch für... Ich bin Pharaonen. Tausred, genau, für Tausred. Ich hätte gehofft, dass sie Tausred sagt, das sagt sie manchmal, wenn man sie anklickt. Also, die gute Tausred ist ja schon Pharaonen, wir müssen aber verteidigend an verdammt viel Stellen. Über den Nil kommen gerade Räuber rein. Über die Libu-Wüste kommen Libu-Krieger rein. Die haben hier Snakes schon hingeschickt. Und ich hatte gesagt, Tausred muss jetzt tatsächlich auf dem Wasser hier verteidigen. Beziehungsweise, wir werden nicht auf dem Wasser verteidigen, sondern... Oh, Seefahrer-Räuber. Das sind Schwerträger, gegen die kommen wir gut an. Warte, die sind alle schwer. Die sind einfach alle schwer. Autoschlacht könnten wir. Aber ich kann nicht einen Cliffhanger machen in der letzten Folge, wo ich sage, in der nächsten Folge kämpfen wir doch nie auf dem Wasser und so. Und dann nachher nicht kämpfen gehen. Das können wir... Das geht nicht, das geht nicht. Deswegen, let's go. Wir fighten. Wir werden fortfahren. Schnell was zu trinken einschenken. Wir starten mit einem Sandsturm. Und dann kriegen wir heißes Wetter. Ne, wir warten mal. Ich hoffe sehr, dass wir keinen Sandsturm reinkriegen. Jawohl. Schwere Soldaten haben in der Regel ein Problem im Wasser. Er hat recht viele schwere Soldaten. Mittelschwer, schwer, mittelschwer, schwer, mittelschwer, 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 mittelschwer. Okay, es geht. Es geht. Angriffstempo, mittlere Infanterie. Angriffsgeschwindigkeit, mittlere Infanterie. Ich überlege gerade, wenn wir uns so positionieren würden. Also hier können sie nicht rüber, ne? Das heißt, wir könnten uns hier positionieren und wenn er mich angreift, dann könnten wir ihn versuchen zu zwingen, im Wasser stehen zu bleiben, oder? Aber ich habe nicht geguckt, wie weit seine Bogenschützen kommen. Er hat keine Bogenschützen, sondern nur Sperrwerfer. Ah, nein, hier. 160. 150 kommen meine. Ja, es sind vier Streitwägen, sind zu viel. So, ganz kurz die Units noch zeigen. Das hier. Unsere oberägyptischen Sperrträger. oberägyptische Tsepeschkrieger. Unsere Wachen des Pharaos. Die sind ziemlich, ziemlich tough. Und den Rest kennt man schon. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich auf uns zu bewegt. Oder nicht. Nein. Dann machen wir folgendes. Wir schicken Tausred hier übers Wasser. Und die soll von hier oben. Sie hat nämlich mehr Reichweite. Genau. Mal schön reinschießen. Was kommt von hier? Sperrstürmer. Die sollen hier rüber. Streitwagen, bewegt euch. Ich wähle dir nochmal eine Linie, bitte. Am besten etwa so, dass die so halb im Wasser stehen müssen hier. Ich finde diese Hitze leid. Und ich wollte meine Bogenschützen eigentlich schön sauber hier so aufstellen, dass die ein bisschen von der Seite reinschießen können. Das wäre die Idee gewesen. Wir marschieren. So, wir schossen abwählen. Keine Furcht. Ins Gemetzel. Söhne Ägypten. Dann werde ich jetzt ein paar Pfeile abkriegen. Das sind mittelschwere. Wir könnten hier das gleiche machen, wenn wir die Soldaten, bewegt euch. Für ewigen Ruhm. Am Wasser abfangen. Für ewigen Ruhm. Streitwagen, bewegt euch. Streitwagen auf Position. Durchflöchert die noch Hälfte. Wir marschieren. Stets bereit. Gebt niemals auf. Ich kenne keine Furcht. Streitwagen. So, machen wir hier durch. Also ein Teil davon steht noch so halb im Wasser. Ich hoffe, dass das reicht, um sie ein bisschen zu drücken. Hier rüber. Trotzdem die hier abzuknallen. Das glaube ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Schickt hier die Wurschbewerfer tot. Bevor die hier was anrichten können. Oh ja, das ist, guckt euch das an. Die Hälfte der Truppen schon tot, weil wir drüber gefahren sind. Sehr gut. So, ich schicke die Streitwagen jetzt trotzdem hinten rein. Auch wenn die übers Wasser wirklich ein Problem haben. Mit Pumpto Geschwindigkeit und so. So, wir schicken jetzt die Pharao-Krieger rein. Die sollen nämlich ihren Kommandanten töten. Letztlich ist es super wenig Tempo, aber ich hoffe, dass wir dadurch Panik generieren. Könnte nämlich reichen, um Panik zu erschaffen. Lassen die mal da kämpfen. Das ist schon in Ordnung. Da kommt Kommandanten los. Ja. Die kommen nicht an unserer Stelle beim Nil vorbei. Jetzt ist das, was ich meinte. Das ist eine schöne Stelle, um hier mit den Bögen von der Seite reinzuschießen. Und die bitte noch hier hin. Die Ausrät soll auch mal schnell von der Seite rein. Auch wenn sie nicht viel schießt, aber ein bisschen schießt sie. Werft die Speere! Werft die Speere! Okay. Ergießt Blut! Streitwagenlenker los! Vorwärts los! Lieber Sanson. Und hinten rein. Und wenn die Glück haben, erschaffen wir Panik. Besucht hier mal von vorne reinzufahren. Unsere eigenen können wir ja nicht überfahren. Ja. Und da geht sie. Sehr schön. Die killen noch, was geht. Die, die ein bisschen weiter weg sind, versuchen wir noch schnell so zu holen. Obwohl, ich glaube, die waren in der Gewaltmarschstellung. Die sind eh dead. Wir werden es gleich sehen. Die sind so nah, dass wir sie so oder so killen könnten. 119 Verluste nur. Okay, das war sehr erfolgreich. Das war sehr erfolgreich. Wir nehmen die Nahrung und alles. Die sollen arbeiten gehen. Ja, das habe ich befürchtet. Der Nil ist wahrhaftig, die Mutter Ägyptens. Aber auf dem Nil, die Bewegungsreichweite auf dem Nil, ne? Wir nehmen nochmal die ganzen Sachen mit. Ich führe Ägypten mit all meinem Können. Das machst du auch wundervoll. Königin. Ich bin Pharaonen. Unerschütterlich als Attribut. Die Wachen der Königin. Wir nehmen das hier raus. Ich nehme das mal schnell rein. Rang bei der Rekrutierung. Das in der nächsten Runde, wenn ihr dann die Wachen holen von ihr. Weise Pharaonen. Ich brauche die richtigen Leute. Okay. Strategie ist alles. Diplomatische Beziehung minus mit allen. Aber wir hätten einen Rekrutierungsplatz mehr. Pharao Inspiring. Ja, okay, komm. Nimm den. Damit sieht es ja auch schnucklig aus, ganz ehrlich. Stehe dir total. So, offene Aktionen. Noch einen Erlass, den wir hier... Warte, das ist sehr nahrungslastig hier, ne? Können wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Nahrung rausholen? Ja, ja. Weniger Stein, aber mehr Nahrung. Das finde ich gut. Namenloser Verteidiger braucht nichts. Snake, dich habe ich noch nicht bewegt. Ja, stimmt. Ich hatte dich noch gar nicht bewegt. Also, wir machen hier eine Zwischenstation. Dann kriegst du ein bisschen mehr Bewegungsreichweite. Und dann werden wir versuchen, mal so zu gehen. Es kommen sehr, sehr viele. Und das wird wirklich blutig. Aber gut, was wirst du da machen? Lasst euch nicht von meiner majestätischen Erhabenheit ablenken. Erledigt eure Pflichten. Wir holen aus den Minen ein bisschen Kohle raus. Ich bin geneigt, zu solch freundlichen Bitten meiner Landsleute nachzukommen. Das ist toll von dir. Das ist also... Ja, ich habe kein Holz. Ich kann eigentlich nichts mehr bauen. Das Einzige, was wir vielleicht noch versuchen könnten, ist, dass wir hier... Und ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge noch gemacht. Ah, nee, tatsächlich. Okay. Ähm, Zwischenstation. Das hier. Und das hier. Das hier, weil das kostet nur Stein. Das war jetzt mit der offenen Stelle am Hof. Das kann ich erst machen, wenn die Dings hier weg ist. Wenn wir... Wenn wir den Wechsel haben. Ähm... Ihr könnt nur zum Horusgeleit Positionen einfordern. Aber das Horusgeleit findet gerade... Also das Horusgeleit findet erst jetzt aber bald statt. Das hatte ich in der letzten Folge tatsächlich noch geguckt. Aber natürlich eine berechtigte Frage. Eine fremde Macht möchte sich mit euch verbinden. Nehmt das Angebot an, falls es von Nutzen ist. Nein. Es ist nicht von Nutzen, weil ich möchte ihn annektieren. Und dafür darf ich gar keine Beziehungen mit ihm haben. Oder nicht an Griffspakt schon 10, 10 Runden lang durchtickern lassen. Es geht darum, dass ein neues Abkommen darf man innerhalb der 10 Runden nicht brechen. Und wenn ich jemanden vasalisiere und ihn dann konföderiere, dann breche ich das Vasallentum, weil ich nicht 10 Runden gewartet habe. Kommen noch mehr Checklash den Niel runter? Oder den Niel hoch in dem Fall? Der Niel fließt ja runter ins Meer. Also in dem Fall wäre es von dieser Situation her hoch. Jetzt ist das Horusgeleit. Jetzt kann ich den Posten besetzen mit Snake. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch den Schatzmeisterposten freigekriegt. Genau. Ich tendiere eher dazu hier rein, weil dann können wir unterschlagen. Suche heilige ägyptische Länder mit Tempel für Gold. Das ist aber auch nicht schlecht. Nee, Snake, du Schatzmeister. Snake wird Schatzmeister. Das wollten wir. So wird es jetzt. So, zack, ist jetzt besetzt. So, ist gescheitert, war erfolgreich. Wir haben ihn hier rausgekickt. So, ja, der ist hier voller Kanal auf dem Weg. Okay, wir haben hier sogar auch noch einen. Ja, okay. Also, wir holen hier zweimal die hier raus. Wir brauchen nämlich nicht so viele. Dann nehmen wir diese Leute und die schmeißen wir alle hier rein. Wo es etwas sehr viele Bogenschützen sind. Bereit für den Katz. So, dann kann der namenlose Verteidiger wieder gehen. So, jetzt seht ihr auch, das Horus-Geleit ist durch und in der letzten Runde konnten wir, das hat man in der letzten Folge noch gesehen, konnten wir nicht neue Leute rekrutieren. Jetzt können wir hier wieder neue ranholen. Jetzt ist die Frage, ob wir die brauchen hier. Ich vermute aber tatsächlich schon. Wir könnten zwei von denen noch, damit die Armee von Mario auch noch was kann und was taugt. Ich fürchte nichts. Ah, bin ich Anti-Verschleiss im... Achso, das zählt nur für das Gebiet, ja. Komm, wir bauen das auf schneller Basis fertig und du gehst hier rüber. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier so einen harten Verschleiss für dich reingekickt habe. Ich glaube, ich dachte, wir kriegen Wüsten-Dings. So, dann Kosten reduzieren. Ja, die rennen mir hier gerade echt die Bude ein, ne? Sauberlot. So, das, was ich eigentlich dringend machen wollte, wir bauen das hier schnell fällig. Und dann können wir jetzt zum ersten Mal die Wachen der Königin holen. Da freue ich mich drauf. Sehr, sehr cool. Ist eine leichte Truppe, die aber erstaunlich viel Rüstung hat für eine leichte Truppe. Ähm. Dann glaube ich, nehmen wir sogar einen, einen, einen von denen raus, weil die echt nicht so viele brauchen. Jeder wird seinen Teil beitragen. Das will ich hoffen. Mehr Nahrung. So. Ähm. Ich hatte Ramses vergessen. Das Schicksal ruft mich. Und ich werde antworten. So. Wie viele Runden sind eigentlich vergangen? Zwei Runden brauche ich noch erst. Dann darf ich hier aushelfen gehen. Ich werde meine Spuren auf dieser Welt hinterlassen. Ich schmiede mein Schicksal. Ich überlege gerade, ob ich den angreifen will, damit er das nicht kaputt macht. Nur geschickte Krieger sollen an meiner Seite kämpfen. Auserwählter des Reh. Ich frage es nur, ob wir das schaffen. Er zirnt mich nicht. Also wir haben 14 und er hat halt 9. Aber hier sind nochmal 9 drin, ne? Die sind gut gegen Rüstungen. Königskrieger. Warum möchte die Milizia eigentlich noch drin? Das ist eure Gelegenheit, Ruhm zu erlangen. Unvergleichlich. Für Ägypten. Für den Ruhm des Pharaos. Ich will keine Feiglinge in meinen Rängen. Wie machen wir das jetzt? Du wirst 5 Bogenschützen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Auch 5 Bogenschützen. Also wir nehmen noch 2 von denen mit. Das müsste es eigentlich vollführen. Ich frage mich, ob der sich runter bewegt und wie wir das holen. Tatsache. Das würde gehen. Mario, damit würdest du ihn besiegen. Die Frage ist nur, ob der dann die Chance sieht und was versucht. Obwohl, ich sehe gerade die Armee ist nicht so der Hit. Okay. Das heißt, wir machen das mehr per Autoschlag. Das ist okay. Der dürfte eigentlich genug übrig bleiben. Ausnahmesmeister werden wir das jetzt plündern, dass wir ein bisschen Nachschub kriegen. Ausraben und besetzen. Das mache ich sehr ungern. Aber damit sind die Truppen... Oh, das ist ja witzig gemacht. Damit das hier ein bisschen... Ein bisschen was passiert. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Erlass, wo ich die Feinde verlangsame? Wirklich, ne? Königlichen Gärten. Wir könnten die Bogenschützen hier... Hier deponieren. Drei. Dann noch zwei königliche Bogenschützen reinnehmen. Das müsste reichen. Und theoretisch würde ich die eigentlich noch gerne... Also du brauchst eigentlich noch mehr hier, Snake. Das ist zu wenig. An Soldaten. So, dann die Frage, die sich Mia noch stellt. Tausretter hat eigentlich genug gute Soldaten. Und auch genug viele gute Soldaten. Die Apiro-Bogenschützen. Warum sind die hier noch drin? Das mache ich nicht. Hier werden wir unterägyptische Bogenschützen mitnehmen. Das heisst, wir geben ihm tatsächlich noch königliche Streitwagen. Dafür habe ich aber wieder mal zu wenig Holz. Ich hätte die vielleicht nicht löschen sollen. Ich werde die grössten hinter mir versammeln. Und nicht genug Gold. Ich weiss halt nicht, wie die Armee aufgewertet ist, ne? Ich hasse Gerede! Also das ist safe. Wo ist eigentlich der andere hin? Ist der voll runter, ne? Der ist voll runter. Der Rest ist hier rüber. Also komm, wir holen irgendwo Holz ran. Hat wieder niemand, wie immer. Holz ist wirklich knapp, ist gut. Er braucht Nahrung und Stein. Wir haben sehr viel Stein, also. Das ist die Idee dahinter, mein guter, ja. Ich würde sagen, wir arbeiten mal mit 1000. Mehr hat er nicht. Das reicht mir aber. Und dann geben wir ihm gegen die 1000 Stein. Das reicht ihm auch nicht. Noch 2000 Nahrung drauf oder so. Jetzt kommen wir da schon. Ja. Ich werde wahrscheinlich wieder Nahrung irgendwo handeln müssen, aber ich brauche die Streitwagen jetzt. Ich will nicht, dass diese Stadt zerstört wird. Ramses! Werdet Teil meiner Legende! Eigentlich brauchen wir schon zwei, ne? Also, 690 sind noch 170. 170. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Darf ich diesen Besuch als Zeichen eurer Wertschätzung deuten? Gibt man hier 200 draus? Ich gebe die 150 Bronze. Nein. Aber Bronze haben wir im Überfluss. Damit können wir arbeiten. Das ist gut. Hupsala. So, dann gibt es hier nochmal einen Streitwagen. Dann greifen wir an. Ich hoffe, dass er mich jetzt unterstützt. Weil wir beide den als Feind haben, müssten wir eigentlich zusammen kämpfen. Er rennt weg. Er haut halt wirklich ab. Hofdebatte ist verfügbar. Lass das Horus-Geleit beginnen. Es gibt viel zu tun. Gebäude und Baukosten. Verwaltung und Provinzverwaltung. Verwaltung und Außenposten. Ja, das ist schon gut. Da haben wir finanziell jetzt nicht so Probleme. Ich kämpfe für Ägypten! Ja, viele kämpfen für Ägypten. Brauche ich hier noch Holz. In der nächsten Runde gibt es dann hier nochmal Verstärkung rein, soldatentechnisch. Nahrungsmitteltechnisch sind wir halt einfach absolut am Limit. Also gut, ich schau mal schnell, wer hier Nahrung raushaut und Bronze braucht oder so. Wir beugen uns! Ich bleibe! Wir! Weise! Ich schmeiße noch ein bisschen Steinhoven drauf. Kann ich eigentlich noch jemanden unterwerfen? Wir sind halt immer noch schwer unseriös. Und unten im Süden werden die auch nochmal Krieg kriegen, by the way. Er wird sich gegen uns wenden. Er ist halt umgeben von Vasallen, ne? Wenn er uns den Krieg erklärt, muss er zuerst auf unsere Vasallen losgehen. Das wird ihm wahrscheinlich aber nicht schwerfallen. Ich überlege mir, ob ich Tausret schon mal runterschicke. Ramses, der Kühne! Boah, sie ist so schwierig gerade, ne? Es passiert sehr viel, man. Und ich habe mir keinen Gefallen getan, dass wir Ramses konföderiert haben, weil wir eine Diplomatiestrafe gekriegt haben, die war sehr hoch. Das wird mich jetzt eine Zeit lang ärgern, aber die Belohnung, dass wir Ramses und das gesamte Ramsesgebiet kriegen oder gekriegt haben, macht es das eigentlich wieder wett. Da verstößt man gerne mal ein bisschen gegen die Meinung. Alle anderen. Eine Gefahr besteht aber. Und zwar, dass sich alle Vasallen lösen könnten, weil wir als nicht mehr vertrauenswürdig gelten, ne? Also einen hohen Status zu haben, ist da halt schon wichtig. Oh Gott, ja, guckt mal, wie die hier... Ui, 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 ui. Also, die ziehen hier unten durch. Dann versucht einer ein bisschen gegenzusetzen. Und eine Hofaktion eintauschen für Gold. Nein, wenn ich selber meine Aktionen ausführe, kann ich viel mehr Gold rausholen. Ich mache es viel mehr Sinn, das selber zu machen. Ägypten braucht Führung. Lasst uns beginnen. Wir tratschen hier mal, ich will hier nämlich... Der göttliche Hof könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Hier gehen wir hin, um zu unterschlagen. Ägyptische Handels-Außenposten. Also Handelsposten. Dann hier rein. Und dann bräuchten wir eigentlich noch Wachen. Wir bleiben hier, Männer. Im Namen der Pflicht. Beweist eure Stärke im Kampf. Für den Ruhm des Pharaos. So, wir bauen das auf schneller Basis. Nach das hier. Und dann baue ich hier eine Verteidigungsanlage. Bereit für den Kampf. Weniger Unterhalt. Dann dürften wir hier kostentechnisch nochmal gut was hinkriegen. Dann greife ich mir ihn an. Das wäre gut, wenn wir hier mal einen Tod kriegen würden. Ja, das habe ich befürchtet. Wir bewegen uns näher ran. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Ah, 320. Dann kämen wir zum nächsten, ne? Wir rennen gerade auch wirklich bei der Wüste hier ordentlich rein. Wäre er eigentlich bereit, wieder nicht angespackt mit mir? Was ist, wenn ich dir das hier gebe? Kita-Paar. Dann würde er sich mir unterwerfen. Wir würden ihn im Süden kontrollieren, wenn wir ihm dieses Gebiet geben würden. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch spannend, wenn wir ihn aus dem Weg räumen würden. Er ist ja nach wie vor ein Anwärter. Mit einem, mit dem höchsten Anspruch darauf, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich werde mein Volk im Namen der Pflicht. Und konföderieren mit ihm werde ich wahrscheinlich nicht können. Bei Ramses war der große Vorteil, dass er halt an der Grenze war, ne? Also er hat oben immer die Piraten gehabt, die ihn angegriffen haben. Und rechts waren die Kanaaner, die ihn angegriffen haben. Was immer eine Gefahr für ihn dargestellt hat, weswegen er dann schneller zu uns in der Konfederation gerutscht ist. Aber Ammenmess hat keine Feinde. Ammenmess wäre immer eine Bedrohung im Süden unten. Chat. Was sagt ihr? Nicht Vassalisieren. Und es auf den Krieg ankommen lassen. Und ihn zurecht stutzen. Eher ja, ne? Damit habe ich euch eigentlich schon ein bisschen geleitet. Mein Name geht in die Legenden ein. So, Tausred kann theoretisch schwimmen. Oder sie hilft, die Grenzen zu verteidigen. Wir brauchten hier oben niemanden mehr. Wenn Ramses... Jetzt belagert er ja schon wieder. Die Zukunft Ägyptens. Dann flieht er wieder. Zum Sieg. Nicht nachlassen. Marschiert, Männer. Ich mache hier einen Hinterhalt. Stets bereit. Mir nach, Männer. Nicht gespannt, ob er den Hinterhalt reinrennt. Wenn du we fight, only when necessary. Tim hat er auch wieder, ne? Wer hat die Kontrolle damit vorstellt? Aber ich könnte ihn nie in die Knie zwingen. Warum willst du mich? Ah, der ist sein Vassal, ne? Das hier ist sein Vassal. Der hier. Ne, der hier. Entschuldigung. Das heißt, wenn wir ihn Vassalisieren würden, würden wir ihn auch mit, mitkriegen. Redet. Ich habe Schlaggedeck. Der ist rebellisch und winterlistig. Halleluja. Ne, ich glaube, wir lassen es darauf ankommen. Doch nicht. Doch oder doch nicht. Doch oder doch nicht. Wir haben ständig noch die Bedrohung von außen. Die ist halt auch wirklich Pain. Ne, wir lassen es darauf ankommen. Das ist eine große Widersacher. Ja. In Hatschepsuts Fußstapfen. Ja. Marschbereitschaft. Bereitet euch vor. Hört unsere Gebete. Handelst du aus dem Posten. Das wird ein langer Weg. Und dann gehen wir hier die Wüste unterstützen und bewegen uns dann Richtung Ammenmes runter. Ich glaube, das ist schon gut. Streiten organisieren. So, warte. Ich wollte noch Achet Aton ausbauen, um hier gegenzusteuern. Okay, mehr können wir nicht. Das Broniohaus für mehr Nahrung. Jetzt muss ich aber auch langsam gucken, dass wir die Bronze noch stabil kriegen. Hatten wir denn überall Bronze hier. Gut. Noch mehr Bronze. Das ist Gold. Den hatten wir jetzt schon. Hier war noch eins. Genau. Wachstum, Arbeiter, Zufriedenheit. Das reißen wir ab. Und dafür haben wir nicht mehr genug Stein. So, ich hatte alle Kommandanten bewegt. Hier, da. Und Snake. Ich brauche Klingen für mein Bestreben. Na, zu Not ist sie ja in der Nähe. Okay. 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 Und um die Zivilisation weiterhin stabil zu halten, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir ihn eingliedern. Ich habe ihn angegriffen, er flieht. Dann greift er mich an. So, Wüstenkrieger sind nicht die Hellsten. Sag's, wie sie ist. Die Stärksten werden aufsteigen. Okay. Oh mein Gott, wo kommen die denn her? Ja, wir müssen es versuchen. Wir haben wahrscheinlich keine Chance, aber wir müssen es versuchen. Shit. Okay, also die rennen alle hier rein. Er hat keine Distanzkämpfer. Ja, wir probieren's. Mal schauen, ob wir es in die Zange kriegen, da. Das sind leichte Räuber. Ja, weniger auf den Kommandanten schießen und mehr auf die hier. Und ja, mehr auf der da. Aber der kippt schwer ist, wenn wir nicht an der you- Wie immer übers Kreuz schießen. Unser Kommandant geht hier auf ihren Kommandanten. Wir haben nämlich Vortrag gegen Axtkämpfer. Das ist sehr gut, okay. Wenn die Schleuderer jetzt weiterhin aufrecht auf die hier schießen können. Ihr werdet feststellen, dass der Tod eine ernste Angelegenheit ist. Mittelschwer, mittelschwer. Okay. Die sind da gegen die Rüstung gar nicht mehr so bad. Die Axtkämpfer sind ein Problem. Erspart euch die Schande, Hethiter. Okay, wir versuchen die Axtkämpfer auf der Seite zu töten. Ja, ihr Kommandant kriegt gut Hits von unserem. Aber die Linie bricht hier langsam, ne? Wir marschieren. In den Kampf. Ich will die schnell rausnehmen hier. Ihr könnt da nicht nach, Jungs. Infanterienbewegung. Völkhausen, bewegt euch. Für ewigen Ruhm. Bei der Ratsfeuer. Axtkrieger. Und drauf hier. Ich werde euren Untergang genießen. Das ist nicht entschieden. Jetzt kämpft gegen mich und sterbt. Immer bereit. Feuert eure Steine ab. Ich belege gerade, ob ihr auf ihren Kommandant gehen soll mit den Schleudern, in der Hoffnung, dass wir ihn erschlagen mit einem Stein. Was tatsächlich nicht so bekehrt wäre. Es gibt keine Hoffnung für euch. Wie furcht in euren Augen, erzählt er etwas anderes. Scheide los! Was geben mir die Punkte eigentlich für einen Vorteil? Für ewigen Ruhm. Ins Gemetzel. Ich kenne keine Furcht. Ist denn gar kein Ende in Sicht. Söhne Ägyptens! Besucht mal schnell hier. Wenn die nämlich... Oh, wenn die brechen, ist nicht gut. Genau. Vergießt Blut! Ihr seid mir hoffnungslos unterlegen. Was für eine peinliche Vorstellung. Das ist schlecht. Dieser Ort gehört uns! Die Götter haben uns verlassen. Können wir ein paar Feinde fliehen? Ja. Sehr gut. Vergießt Blut! Feuert eure Geschosse! Wo sollen die denn hin? Stelke ist Macht! Ich verschwinde von ihr! Ah, die wollen... Okay. Die wollen das Einnehmen gehen da hinten. Feuert Steiner! Ich weiß nicht, was wir rennen hier rein. Söhne Ägyptens! Das ist ganz einfach. Wenn die hier hinten ihrs Einnehmen, ist nicht schlimm. Solange wir das hier wegkriegen. Das ist die Hauptsache. Dafür schicken wir die Schleuderermaschine nochmal außen rum. Ja, das ist gut. Schleuderermaschine. Gut. Nein. Das die gehen ist nicht gut. Ah. Söhne Ägyptens! Nein, die müssen nicht in den Nahkampf. Wer zählt euch so einen Schwachsinn? Ich werde der letzte Scheuheit sein, den ihr je gegenübersteht. Mit einem Mund voller Blut spricht es sich nicht mehr so gut. Wie können wir das überstehen? In dem, dass wir hoffen, dass ihr Kommandant baustiebt. Scheiße. Oder unser geht gleich drauf. Ich schwöre euch. Wenn ihr jetzt nochmal in den Nahkampf geht, ich erschlage euch eigenhändig. Ja, jetzt flieht dann unser Kommandant gleich. Schade. Wir versuchen es doch so gut, Mann. Er ist ein bisschen zurückgekommen. Okay, es hätte so oder so ausgehen können. Es stand immer ein bisschen auf der Kippe. Hätten wir ihren Kommandanten getötet, als er da in dem Gemenge war, hätten wir es hingekriegt, Mann. Das wird jetzt Nahrungsmittel technisch wehtun. Nein. Meine Siedlung. Ausgeraubt zum Glück nur. Okay. Die eiern hier noch rum. Wenn wir nicht angespackt hier noch durchboxen könnten, könnten wir vielleicht doch in ein Basalentum zwingen, ohne dass ich noch Gebiet abgebe. Ich will das Gold nämlich nicht abgeben. Weil ich bin gierig. Ist einfach so. Entschuldigung. Ihr wisst, in jedem Spiel bin ich ein Loot-Goblin. Davon ist das hier nicht ausgenommen. Super. Guck mal, dass du ein bisschen günstiger antwortest. So. Wir schicken ihn hier hin. Und hier holen wir gepanzerte untergibliche Bogenschützen. Viele werden sich jetzt denken, hey, warum die Bogenschützen eben noch gar nicht so gute Werte? Das sind 90 Mann. Ja. Die anderen Bogenschützen haben 60 oder 68. Je nach Einheitengröße. Ich glaube, ich habe die Einheitengröße auf Mittel eingestellt. Und die unterägyptischen Bogenschützen sind einfach 90. Das heißt, die haben 30 Mann mehr, als die Bogenschützen, die 60 Mann haben. Und das macht dann doch was aus. Weil das sind halt 30 Pfeile, die mehr fliegen. Deswegen sind die unterägyptischen Bogenschützen sehr, sehr gut. Weil sie eine hohe Menge an Einheiten aufbieten. Was nicht zu unterschätzen ist. Er wird das jetzt dann belagern gehen. Safe. Und ich überlege mir gerade, wie wir hier was machen. Holt er sich das jetzt? Dann wäre ich da nämlich entlastet. Holt er sich um die Sachen kümmern da. Wir bewegen uns hier hin und machen da mal einen Hinterhalt. Und ich gucke mal, ob da jemand kommt oder nicht. Stärker, stärker. Mehr, mehr, größer, größer. Einfluss 4. Oder Zufriedenheit, Nachschub in Lagerstellung. Diplomatische Beziehung mit den Kanaanäern. Selbsthafte Kanaanäer. Heiler, Heiler. Diplomatische Beziehung mit den Hittitern. Ungewöhnliche Unterstützungschancen. Nehmen wir den noch mit? Minus Bewegung an Land. Höhere Hinterhaltschancen. Höhere Hinterhaltschancen. Ich will kurz gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Gehen wir Sicht weiter. Ne, so weit, so gut. Also, die hatte ich mir Soldaten versprochen, Snake. Aber ich kann das Versprechen wohl nicht einlösen. 16 gegen 16. Ja, aber die packst du. Um ehrlich zu sein, die packst du. Ich glaube, Ambulmest nehmen wir nicht so übel, das ist genug andere Baustellen. Ja, das bin ich eben auch gerade die ganze Zeit ein bisschen am Hin und Her studieren. Auf der anderen Seite sehe ich es so. Wir kriegen die Libo-Krieger gut in den Griff. Snake und Mario machen das. Ramses kriegt den Norden hin. Die Tausred könnte runter. Ich glaube, ich mache es so. Wenn er zu einem Nicht-Angriffs-Pakt einwilligt, dann ist der gekauft. Das kann für euch, hierher zu kommen. Im Namen der Pflicht. Ich werde mein Volk vereinen. Für den Ruhm Krieger Ägyptens. Kommt ihr mit weisem Rat zu mir, Tausred? Kommt ihr mit weisem Rat zu mir, Tausred? Ach ja, das sind jetzt drei. Oho, das ist natürlich schlecht für mich. Das ist sehr schlecht für mich. Wir könnten ihm seinen Vasallen entreißen. Wer hat zwei Siedlungen? Und es ist für mich nützlich aufzunehmen. Wir könnten die Wüstenkrieger hier nehmen. Dann müssen wir sie nicht einnehmen. Die hier, mit denen wir Frieden geschlossen haben, würden auch gehen. Hier unten, der Basal von einem anderen. Ich bleibe standhaft. Im Namen der Pflicht. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Was für eine Vereinbarung schwebt euch vor? Da ist er überhaupt nicht. Das macht er gar keinen Bock drauf. Wir könnten ihm den Krieger klären und das hier wegnehmen. Um ihn dann zu catchen. Dafür geht halt einfach wieder recht viel Zeit. Was für ein Abkrieg klären. 15 Runden. Das ist mir zu lange. Ja, wir werden ihm den Krieger klären hier und ihn dann hier annektieren. Das geht. Das dürfte auch keine diplomatische Strafe geben. Gut. Also, Snake scheint das hier tatsächlich in den Griff zu kriegen. Das heißt, wir müssen die gute Dame nicht mehr hier runterschicken. Mario scheint das hier in den Griff zu kriegen. Und wenn wir ihm hier unten genug bieten, wäre er nicht eines Backed im Rahmen des Machbaren. und den Finger gewickelt hat. Ich könnte ihm 1000 Stein geben. 500 500 500 Gold. Gut, wir machen das. Betrachtet es als Abkrieg. Dass wir das hinkriegen. Sohn der Sande. Sohn der Sande. Grenzenloser Ehrgeiz. Werdet Teil meiner Legenden. Ich belege gerade, dass wir solche Krieger hier mitnehmen wollen. Für den Krieg ausgebildet. Beschädigte Gebäude. Per Amun. Ja, stimmt. Die müssen wir Koho regieren. Hier brauchen wir ganz dringend Nahrung. Das ist Bronze. Das bauen wir aus. Mögliche Außenposten. Hier wollte ich noch den hier machen. Das hier für mehr Stein. Und jetzt ist mein Stein auch schon aus. Ägypten braucht Führung. Lasst uns beginnen. Wir unterschlagen mal bei Vizekönig von Koush mal wieder. Er ist schon ein bisschen häufig mein Ziel. Ich gebe es zu. Aber er ist der grösste aktuelle noch lebende Widersacher. Sieti ist mein Vasall und eigentlich auch mein Ehemann. Also mal wie eine Frau spielen. Rams ist auch wie konföderiert. Der kämpft eh für unsere Sache. Das ist gar kein Thema mehr. Wenn wir jetzt noch Ägypten stabil kriegen. Da haben wir es. Und dann versuchen wir Ammen Ammen-Mess noch als regulären Vasaun zu kriegen ohne dass wir ihm eine Siedlung geben. Ich glaube das müsste machbar sein. Wir haben den Hinterhalt glaube ich entdeckt. Aber das macht nichts. Ich nehme die Nahrung. Da ist noch eine zweite Armee hier genug gewesen. Ich bin eine Sau. Lündet wieder. Die Götter sind mir Halt. So. Also Forschung. Stufe 4 Einheiten sind günstiger. Jetzt gehen Stufe 5 Einheiten noch günstiger. Euer Komplott. Okay. Also wir brechen das Komplott ab. Weil dadurch mag er uns mehr. Also im Sinne von er gibt uns mehr Achtung und die Achtung nutzen wir und trotzdem lasst uns mit der Arbeit beginnen. Soll ich nochmal unterschlagen? Soll ich es nochmal versuchen? Ja. Wir brechen das eine ab um ein neues zu starten. Wir stärken die Verbindung und stärken das Komplott. Ja ja. Genau so ist es. Sehr schön. So. Dann machen wir den Platt. Der lebt immer noch. Das hat der andere nicht hingekriegt. Vorwärts für Ägypten. Oh, die Streitwagen leiden. Das muss also Aua. Ein schönen Teil der Truppen. Uh. Die Streitwagen Die Streitwagen Das ist der kleine Sieg, meine Damen und Herren. Das ist der kleine Sieg. So hat sich das bei uns entwickelt. Bis wir die Wüste hatten. Bis wir die Wüste hatten. Aber wir setzen fort. Mit einem kleinen Sieg gebe ich mich nicht zufrieden. Was brauchen wir denn noch für den großen Sieg? Ja, noch ein gutes Stück hier. Aber wir werden das ein oder andere zusammen konfederieren. Wir bewegen uns hier mal zurück zur Oase. Sehr gut. Das ist eigentlich das Ziel. Die Wachen der Königin kriegen einschüchtern, aber das bringt uns nicht viel. Wo hatte ich sie eigentlich abgestellt? Loyal und stark. Keine Ablenkungen. Zum Anführer geboren. Ich glaube irgendwie hier nicht mehr hinlaufen, ne? Ich will in die Schlacht ziehen. So, das sind jetzt die letzten, die noch auf unserem Gebiet wandeln. Die wahrscheinlich, die erste wird sich wahrscheinlich zurückziehen. Wo immer ich gebraucht werde. Jetzt kriegen wir sogar noch Unterstützung von... Okay. Jetzt ist es am Ende. So, dann gehen wir ein paar Bogenschützen abgeben an der Grenzsiedlung. Ich glaube, wir haben die Wüste echt gut gesichert mit den Festungen, ne? Also, als ich das allererste Mal Pharo gespielt hatte, dachte ich, ja, komm, Festungen, ne? Lieber mobile Truppen. Bin aber jetzt aktuell an so einem Punkt, wo ich sage, je nach Gebiet machen die Festungen schon Sinn. Und als Grenzbefestigung sind sie schon sehr gut, um ein Gebiet zu sichern. Also hier zum Beispiel, ne? Ist jetzt nicht zu verachten, dass wir hier Soldaten drin haben. Plus, wenn wir hier nochmal, ne? Also die Garnisonsstärke ist damit sehr, sehr hoch. Ich überlege gerade, ob ihn gewähren lassen. Und dann nehmen wir halt die beiden. Ohne, dass wir die noch kaputt machen. Wir rekrutieren einfach mal noch zwei und gucken mal, ob er jetzt angreift oder nicht. Dann haben wir drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann nehmen wir den raus. Zu großem bestimmt. Und die Mediarschwertkämpfer nehmen wir auch raus, auch wenn sie gut sind. Dann schmeißen wir... Die sind Eingezogene. Nicht unbedingt Lust auf Eingezogene. Die Schwertkämpfer Veteranen vielleicht? Ich werde die Größten hinter mir versammeln. Maybe. Auserwählter des Reh. Sehen wir dann. Davon würde ich abraten. Würdest du? Ich rate davon nicht. Wie bei uns aus haben wir da sieben Soldaten drin. Er wird es wahrscheinlich nochmal versuchen zu plündern, aber so sei es. So, dann kriegen wir hierüber noch mehr. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier. Getreidegrube für mehr Nahrung und so. Okay. Meine Verlässlichkeit bewegt sich langsam wieder in einen guten Bereich. Wir könnten ihn eigentlich theoretisch auch konfitrieren, aber ich will ihn einnehmen. Ich bleibe standhaft. Ah, so gerne. Ich kämpfe für Ägypten. Für den Hohen des Wachstums. So, wo hat dich Tausred denn geparkt? Tausred, wo bist du denn? Wir haben zu viele Leute hier am Schlachtfer. Ich führe Ägypten mit all meinem Können. Okay. Da wir die Wüste sicher haben, Dank Snake und Mario, geht Tausred jetzt auf den Nil. Und wir bewegen uns hier nach vorne. Die gehören auch zu meinen Plänen. Wer wäre bereit, sich zu unterwerfen? Niemand mehr wirklich. Ach nö, jetzt holen die sich das noch, oder was? Ich will doch eigentlich das mal abschliessen, langsam. Macht der Krone. Wir haben eine neue... Okay. Hier wollte ich ja noch Nahrung holen. Weiß gar nicht, ob ich wirklich das Schmuggler-Dings da bauen will, oder nicht. Auf der anderen Seite. Es ist auch Nahrung, was reinkommt. Zu wenig Holz. Die haben dann auch zu wenig Holz. Aber hier müssen wir ganz, ganz dringend die Sachen noch machen, also. Mitgliedlungsverbesserungen. Das ist auch noch raus. Damit war es das. Die geschädigten Gebäude. Ja, die sind hier wieder am Plündern. Dann haben wir hier oben noch... Jetzt ist die Frage... Okay, wir machen die Hofpräsenz hier rein. Damit können wir vier der fünf Positionen am Hof besitzen. Ja. Ja. Jawohl, warte mal schnell. Ah, da geht die Abklingzeit runter. Das sind nur noch zwölf Runden. Wenn der hier ist... Wenn der hier ist... Nee. Rufpräsenz. Jawohl. Jawohl. Und dann machen wir hier... Zusätzliche Arbeitskraft. Also. Und jetzt habe ich das Problem, dass wir an dem Hof... Jetzt nochmal jemanden irgendwo installieren könnten. Dass das nicht von meiner majestätischen Erhabenheit ablenken. Erledigt eure Pflichten. Zwei sogar. Dass wir den Hof fast vollständig besetzen. Erster Kommandant würde ich tatsächlich an Ramses geben. Vizekönig von Kusch können wir eigentlich lassen. Wenn er sich beugt, würde ich sagen, lassen wir ihn als Vizekönig da unten. Für den Ruhm des Pharaos. Aber das braucht alles seine Zeit. So. Gut. Nächste Runde. Ich will die ganzen Dings nämlich einnehmen. Die Pyramiden und die ganzen Denkmäler. Die geben uns nämlich noch die notwendige Legitimation. Um wirklich ganz nach oben zu kommen. Legitimtechnisch. Checklash. Amdi ist zerstört. Kannst nicht nachgucken. nicht nachgucken. Nein. Es ist zu Hilfe gehalten. Das Schicksal liebt mich. Treib dich darum. Ich bin gerade beschäftigt. Peramun ist ja theoretisch ein. Ein Ziel. Das heißt wir reißen das ab. Und bauen das auf. Und hier machen wir Verteidigungsanlagen noch dran. Gesegnet von den Göttern. Es sind mir zu viele Zweihänder hier in der Gesamtsumme. Oh nein, nicht den hier. Obwohl... Wir nehmen die Schwertkämpfer-Veteranen noch mit. Obwohl, eigentlich müssen wir ein bisschen schneller sein jetzt, ne? Also gut. Ich bewege mich. Wir bewegen uns übers Wasser hier hin. Dann holen wir Rakett. Ich hoffe, dass da niemand mehr groß ist. Und... Dann haben wir die Chance, wenn wir das einnehmen, dass er nur noch zwei Siedlungen hat und dann können wir ihn zwangs annektieren. Da möchte jemand langsam auch annektiert werden. Ich habe falsch geguckt. Das hier ist ja gar nicht der... Ich will in die Schlacht ziehen. im Namen der Pflicht. Die Wüste kriegen hier Verschleiß. Wir bewegen uns bis hier hin. Wir ändern das. Ich breche das hier ab. Wir machen hier... Warte mal schnell. Den rein. Den bauen die auf schneller Basis fertig. Können wir. Hier unten... Machen wir das. So, dann hatten wir Snake noch. Snake, du warst noch... ...auf dem Weg hier hin. Genau. Okay, weißt du was? Du gehst zuerst zum Schreien, damit wir keinen Verschleiß mehr erleiden. Und dann bewegst du dich hier hin. Ansonsten sterben hier einfach unnötig Leute. Das muss ja nicht sein. Das Schicksal leitet uns. Ich bin unterwegs. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich schmeiß alle drei... ...hier rein. Ja, machen wir. Wir haben ja jetzt genug Holz. Dann können wir hier... ...die Farmen bauen. Wahrscheinlich nicht beide. Genau. Aber es ist mal ein Anfang. Das bauen wir aus wegen dem Gold. Wäre an der Grenze. Wir bauen auch hier mal Verteidigungsanlagen rein, weil es doch... ...einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Sicher nicht schlecht. Dann das hier, weil wir die Bronze brauchen. Und hier machen wir das, damit wir noch ein bisschen mehr Geld rausholen. Dann haben wir Tausred noch nicht bewegt. Tausred geht hier hin. Wir holen uns... ...Scheps... ...Scheps... ...Schuh. Ich sehe gerade, dass wir ihn auch noch nicht... ...ja... ...ja, so, so, dann halt. Untenrum wäre vielleicht besser. Niemals nachgeben! Gut, dann die Hofaktion. Das funktioniert schon. Alles andere scheitert. Besser ein Lächeln am Hofe als Aufruhr. Ja. Dass wir, ähm... ...den Nichtangriffspack jetzt unten haben, ist gut. So. Ich glaube, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Die Monumente noch holen und Richtung großer, großer Sieg steuern, finde ich gut. Was mich wundert, ist, dass Seti nie zur Konföderation bereit war. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Verlässlichkeit so unfassbar schlecht ist. Ziemlich sicher. Gut. In der nächsten Folge bewegen die alle Truppen weiter. Ja, der hat hier auch Probleme. Die Zivilisation ist noch ganz stabil. Und wir werden uns das hier krallen. Um dann zu konföderieren. Das bauen wir noch schnell aus, dass wir mehr Truppen hier drin haben. Wir brauchen eigentlich noch 400 bis zum nächsten. Okay. Ja. Ähm. Das aber alles in der nächsten Folge. Aber da sollte ich noch gucken. Haben wir jetzt... Ist jetzt schon die nächste? Nein. Gut. In der nächsten Folge werden wir mit Ramses hier Raket belagern und angreifen. Und schauen, ob wir noch... Ich denke, die nächste Folge wird die letzte. Dann haben wir es größtenteils... Eingenommen. Wenn wir hier noch das haben und ihn konföderiert haben... Ja, also ich... Eigentlich... Das hier ist noch mein Ziel, ne? Das ist noch mein Ziel. Und vielleicht die ein oder andere Konföderation noch durchzuboxen. Die kommen aber, glaube ich, nach und nach zu mir. Wenn wir hier den Stand ein bisschen verbessern. Gut. Also gut. Like da lassen. Kommentar da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schau mich drauf. Bis dann.